Verehrte Zuschauer, seit der Krimiserie Tennisschläger und Kanonen Hallo Niedersachsen, das war's aus Berlin. Guten Abend und auf Wiedersehen. Die neuen M&M's, leckere Milchschokolade in zwei Sorten. Schokolade mit Erdnüssen oder nur Schokolade. Alles bunt und knackig umhüllt. Alle lieben M&M's, Milchschokolade, die jedem so gefällt. Die neuen M&M's, die Milchschokolade schmilzt im Mund, nicht in der Hand. Bei Wind und Wetter. Tiefenwirkung. Bei grellem Sonnenlicht. Tiefenwirkung. Und gegen die Zeichen der Jahre, fliegt Tiefenwirkung besser. Cremuson wirkt tiefer, fliegt intensiver. Mit Tiefenwirkung. Viele Dinge, die wir essen, sind etwas schwer. Gervais Obstgarten ist eine Alternative. Er ist leicht und schmeckt. Gervais Obstgarten. Wissen Sie, wie man an die meisten Mäuse kommt? Durch Lotte am Samstag. Jedes Mal über sechs Millionen im ersten Rang. Du, einen Weinbrand müssen wir noch besorgen für heute Abend, wenn Dr. Menke kommt. Nee, Schatz, Weinbrand haben wir noch. Schon, aber kein Chantree mehr. Und genau den möchte ich ihm anbieten. Naja, so riesig werden die Unterschiede ja wohl nicht sein. Ja, riesig nicht, aber fein. Sieh mal an, Chantree. Das schmecken Sie? Da hören Sie mal. Ist doch mein Lieblingsweinbrand. Weich und rund im Geschmack. Ja, dann trinken wir doch auf den feinen Unterschied. Der weiche Chantree. Man genießt den feinen Unterschied. Es ist neu, völlig neu. Cliff, das Deodorant. Das erfrischend anders ist. Kühl auf der Haut. Aufregend frisch. Markant im Duft. Cliff, das Deodorant. Erfrischend kühl, erfrischend anders. Riesig, riesig. Was ist denn hier riesig? Riesig gut. Sag schon, was ist riesig? Magie neu. Riesenappetit. Super. Vier neue Sorten wünschen riesen Appetit. Zerrer. Benjamin, die Borden sind weg. Otto, da reitet der tief. Schnell, Benjamin, schnell. Ja, 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 ja. Yippie, wir haben ihn. Hintuch oder ich nie so. Benjamin Blümchen als Sheriff. Einfach toll. Auf Kiosk Hörspielkassetten. Wenn Sie einen gründlichen Reiniger für Ihre dritten Zähne suchen, nehmen Sie Kukident zwei Phasen. Den einzigen mit zwei aktiven Reinigungsphasen. Die reinigen Bakterien tief und schützen so vor Mundgeruch und Entzündungen. Sehen Sie, schon die erste Phase macht gründlich sauber. Die zweite Phase geht in die Tiefe und bekämpft schädliche Bakterien. Das Mikroskop beweist, bakterientief rein. Vertrauen Sie deshalb auf Kukident zwei Phasen. Bakterientiefe Sauberkeit für Gesundheit im Mund. Toffifee. Toffifee. Mit Karamell und Haselnutz. Mit Nougat, Creme und Schoko drauf. Unerreicht. Nussig, leicht. Leicht und unerreicht. Es steckt viel Spaß in Toffifee. Viel Spaß in Toffifee. Unger, das ist Wohnen mit Gewinn. Mit seinen über 25 Einrichtungshäusern ist Unger eines der größten Einrichtungsunternehmen Deutschlands. Zigtausend Wohnideen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Echtes Leder in vielen Variationen und Farben. Über die riesige Auswahl informieren Sie gerne die Unger Einrichtungsberater. Hier finden Sie alles für einen gesunden Schlaf. Schlafzimmer für groß und klein. Unger, das heißt aber auch, preiswerte Wohnideen zu mitnehmen. Eine Lampe, Sofa, zwei Sessel, ein Tisch, nur 555 Mark. Unger finden Sie über 25 Mal in Deutschland. Und natürlich einmal ganz in Ihrer Nähe. Zigtausend Wohnideen zu wirklich günstigen Preisen. Das ist Wohnen mit Gewinn. Das ist Unger. Ich sage immer wieder Ja. Aber mein Sohn. Zum Erz und Pöschchen, Vitamin-Reichen, Kopfsalat aus dem nahen Honnens. Das hilft uns. Sagen auch Sie Ja zur Frische, die aus der Nähe kommt. Voll an Gemüse, denn die Frische liegt so nah. Wasser ist Leben. Zu diesem Thema malen Millionen Mädchen und Jungen im größten internationalen Jugendwettbewerb. Über 200.000 Preise gibt es zu gewinnen, darunter Flugreisen nach Kanada und Abenteuerferien. Teilnahmeprospekte in allen Volksbanken und Reifeisenbanken. Dort erhält man auch die Elterninformationen mit praktischen Tipps. Also, auf zur nächsten Volksbank oder Reifeisenbank. Hallo, Sie essen Kellogg's Cornflakes. Sagen Sie mir in 20 Sekunden, warum. Hält gesagt, ich kann mich da nicht so richtig entscheiden. Ist es, weil Sie so appetitlich aussehen? Oder weil sie so knackig frisch schmecken? Oder weil Sie, wie es die Vitamine haben? Oder weil Sie immer so schnell alle sind? Kellogg's Cornflakes. Das Beste, was einem zum Frühstück passieren kann. Wissen Sie, wie man an die meisten Mäuse kommt? Durch Lotte am Samstag geht es mal über 6 Millionen im ersten Rang. Erich, warum nimmst du nicht die hier? Hm, wie kusten Papons? Gut. Erich, nun beiß doch nicht gleich drauf. Aber die schmecken doch so gut. Aber wenn du sie erst langsam lutschst, dann sind sie noch besser. Hm, tut gut. Na siehste, die wirken nicht. Und schmecken. Erich. Wick Hustenbonbons, die wirken und schmecken. Sönlein Brillant, Jahrgangssekt. Komponiert aus ausgesuchten Beinen eines Jahrgangs. Trocken. Sönlein ist brillant. Hallo, ich bin der kleine Hunger. Ah, sind Sie angemeldet? Nicht, dass ich wüsste. Ach, guten Morgen, Herr Direktor. Der kleine Hunger? Schon wieder? Ja. Den Milchreis, bitte. Bin ja schon da. Milchreis, Milchreis von den Müllers aus dem Allgäu. Wenn der kleine Hunger kommt. Tut mir leid. Der Herr Direktor ist zur Zeit für Milchreis. Milchreis und Leichtkost-Milchreis. Von Mula. Tschüss, Mutti. Ich muss jetzt los. Hast du auch Zähne geputzt? Kennst mich doch. Na, komm. Mach mal den Färbetest vom Blendax Antibelag. Oh, muss das sein? Komm mal, dann werden wir ja sehen. Oh, alles rot. Das rote ist gefährlicher Zahnbelag. Blendax Antibelag entfernt Zahnbelag. Kalzium wird dem Zahn zugeführt und stärkt ihn gegen Karies. Na, Florian? Begriffen? Na klar, zehn Wochen Kalzium. Blendax Antibelag mit Kalzium. Wirkt, stärkt, schützt. Mutti. Mhm? Krimi geht los. Elke, bringst du uns was zum Knabbern mit? Ja, wir sind nämlich so richtig in Knabberlaune. Aha. In Knabberlaune also. Na, da hab ich was für euch. Hey, Ferrero Küsschen. Knabber nicht in Laune. Knabber mal ein Küsschen. Knabber mal die Knuspernuss. In Ferrero Küsschen. Ferrero Küsschen. Klassen. Überhaupt die Knabberidee. Ich nehm das letzte. Ja, so macht Knabbernlaune. Ferrero Küsschen mit der Knuspernuss. Ist es nicht eine gute Sache, bewusster zu leben? Für mich gehört Kaffeehack dazu. Er schmeckt gut und schont Herz und Magen. Kaffeehack ist der einzige Kaffee, der mit natürlicher Quellenkohlensäure entkoffiniert ist. Ist von vielen Reizstoffen befreit. Ich versuche bewusster zu leben. Tun Sie es doch auch. Von Alete kommt jetzt etwas ganz Neues für ihr Baby. Aus vollem Korn und purer Frucht. Äpfel mit Bananen, Kirschen, Ananas oder Orangen. Und dem vollen Haferkorn. Alete Vollkornfrüchtebrei. Die ersten Brei im Gläschen. Nur mit der natürlichen Süße aus Früchten und Getreide. Alete Vollkornfrüchtebrei. Alete. Alles Gute für ihr Kind. Schnupfen. Renopront hilft. Zuverlässig und den ganzen Tag. Renopront. Und Sie können Ihren Schnupfen vergessen. Schleckermäutchen. Gebt gut acht, was Iglo aus Kartoffeln macht. Oscar, mach jetzt diese ganz tollen Buchstaben. Hm. Ofen ABC von Iglo. Lustig und knusprig. Ja, goldbraun gebackene Kartoffelbuchstaben. Ganz neu und nur von Iglo. Oscar, ist es jetzt soweit? Bitte, bitte, Oscar. Ofen ABC. Die neueste Kartoffelspezialität von Iglo. Ja, lecker.